Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder hier bei Erypnay Parkour, finally here. Okay, wir sind jetzt in der Diamantwelt, oder wie auch immer man das Ding nennen will. Auf jeden Fall wurden hier viele Diamanten verbraten, das kann man schon mal sagen. Und wie es scheint, gibt es hier mehrere Checkpoints und das finde ich gut. Na toll, bei dem einfachen Einfachsprung versagt. Ja, okay, also es sind insgesamt acht Stages, ich bin schon bei der zweiten. Ich auch gleich. Achso, warte, hä? Da muss ich dann rüber. Ah, noch. Voll verwirrend hier. Hä? Okay, das sind hartweite Sprünge. Na. Nein, verdammt. Alter, das sind vier Sprünge, die einfach mal genau das Limit sind, was geht. Und den letzten drehe ich nicht hin. Scheiße. Komm schon. Komm schon. Scheiße, Mann. Das ist richtig hart weit, ey. Sag mal. Okay, ich hau grad ziemlich doll auf die Tasten, ich hoffe, man hört sich zu, was du hast. Hä? Fast auf Anhieb geschafft. Na, damit, Mann. Ich bin durch. Warte. Dammit. Sag mal. Ist ja richtig hart hier, ey. Ah. Boah, ey. Aber wenigstens ist hier der Weg gut markiert mit Glowstone, das ist doch super. Ist doch alles super. Puh, zum Glück war da ein Wasserbecken, ey. Stage 3. Stage 3. Fuck. Ich hab gedacht, da ging es runter, aber da bin ich voll abgestört. Alter, ey. Das ist richtig groß, muss das hier sein. Alter, dieser Sprung ist voll assi. Welcher? Da. Der Sprung da halt, da über diesen Graben. Ja. In das Ding rein, oder was? Ah, nee, über diese... Ah, okay, dieses Maximum an Sprung weite, gell? Ja. Nah, damit. Aber so hart finde ich die jetzt eigentlich nicht. Nee, es geht, es geht echt. Es ist halt viel und... Aber es geht. Es sind halt nicht so die Megasprünge. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Challenge 3. Viele. Es sind halt sau viele, echt, ey. Wo bist denn du gerade? Ein bisschen, kein Plan genau, Challenge 4 oder 5. Oha. Da hackt einer ja durch. Ja, ja, muss sein. So, da dumm. Oh, scheiße. Sprung verpennt. Stage 4. Stage 5. Ey, da kann man irgendwie voll... Ja, ja, über das andere Ding hübsen, ja? Nee, das meinte ich nicht, aber wir sind irgendwie voll in der Zeit. Wie meinst du? Das verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich, dass wir voll gut sind gerade. Ah ja, ja, ich mein, wir sind ja schon gut. Total top. Total top. Don't fall down, oh scheiße. Egal, meine Sachen sind gesichert. Hier. Boah, Alter, ich bin nicht runtergefallen. Das wäre nämlich, glaube ich, richtig kacke gewesen. Ey, ich bin direkt über dir gerade gewesen. Do you remember your first Parkour Jump? Oh, on which map was it? Mein erster Parkour Jump, Alter, war... Was war das? Das war, ah, das war, glaube ich, Mirror's Edge. Oder? Ja. Müsste es gewesen sein. Also, das... In CubeSection war zwar auch ein bisschen, aber nicht so stark. Nee, aber die erste, die ich, glaube ich, gespielt habe, war insgesamt Mirror's Edge. Doch, bevor wir aufnehmen, haben wir die doch mal durchgetoppt. Ja, stimmt. Da war es aber noch weitaus weniger. Hä? Wo zum Teufel muss ich hier lang? Ah, den blödesten Weg wieder genommen. Oh, nein, nein, nein. Huah. Stage 8. Bow of Square. Wow, du bist bei der Letz. Ja, ja. Hart durchgehackt hier. Hä? Äh, warum schaffe ich denn das denn nie? Ah, weil hier eine Decke. Also, die war mal echt nach meinem Bestreben und ich bin durch. Stage 6. Congratulations for a completed challenge 12. End of 1.5. Ach, hier ist das Ende von Version 1.5. Cool. Also, da haben wir ja eine bessere Version erwischt. Die ist ja ewigkeitenlang. Ja. Finde ich gut. Äh, ich guck mal eben nach, wo Stage Challenge 13 ist. 71, 200. Way do you ram on your first parcours? Stage 7. 13. Wir sind jetzt 13, gell? Ja. Äh, yo. Don, hab ich das sogar schon geschont. Wo gefällt. Gefunden. Das wollte ich sagen. Difficulty Extreme. Oh, scheiße. Ähm, fahrt er aber noch. Ja, ja, klar. Nee, klar. Build on 20. Dezember 2011. Das ist auch schon ein bisschen alt. Okay, also das ist nächstes Mal Extreme. Das ist natürlich nicht so geil. Warte mal. Kann man eben gucken hier. Was steht hier eigentlich schönes? Von wem es gebaut wurde oder was? Ja. Ach, kack ey. Wie viel Arbeit war das, das alles einzutragen? Warte mal, was steht hier zu Challenge 13? Dark Lapis Lazuli Buildings with Difficult Ladder Jumps. Oh, scheiße. Aber das war jetzt auch eine Challenge nach meinem Geschmack. Ja, gell? Die Diamanten-Ding gingen, aber jetzt wird anscheinend richtig hart. Und schön für den Leiter springen. Es lohnt sich noch anzufangen, oder? Ja. Ey, wir müssen auf Moody stellen. Wir müssen auf Moody stellen. Ja, dann mach mal. Ja, du auch, ne? Ja, mach ich. Hab ich schon. Stage one tower. Oh, der erste Sprung ist ja schon wieder richtig geil hier. Hammer. Herr und jetzt? Hä, der ist doch voll leicht. Ja, der geht echt. Ah, ich finde eh die Beschreibung von der Spiel... Was? Nein. Nein, ey, nein. Warum? Das ist nur wieder richtig hart hier. Ist voll schwer, gell? Ich hab's zumindest noch nicht geschafft, wie willst, Stages gibt's hier. Ach so, na geil. Also, das wird mal richtig hart hier. Ach du Scheiße. Haben wir den... Warte mal, es gab doch den Sprung schon mal. Haben wir das da geschafft oder haben wir es umgang? Haben's geschafft, gell? Ja. Das war doch bei diesem Bedrock-Ding. Stimmt. Boah. Ja, okay. Difficulti Extreme. Kann ich nachvollziehen jetzt. Ich warte mal und irritiere ich nicht mehr. Ach, kannst dich freuen. Dann hast du genau die gleiche Mal oder was? Ah, nee, warte. Ging das denn überhaupt? Ah, ja, das ging sogar. Scheiße. Alter. Ja, super, auch noch runterlaufen. Ganz blöde Idee. Toll. Das ist richtig schwer. Ich guck mich schon um nach irgendwelchen Wegen, wie man das hier umgehen kann. Aber es geht irgendwie nicht so richtig. Also zumindest nicht ohne Cheaten. Ach, warte mal, man kann da gar nicht gescheit hochspringen. Ja, guck mal, guck mal links rum. Wie jetzt, verarsche? Aber man kann hier trotzdem nicht hochspringen. Das ist irgendwie das, weil man hat direkt eine Leite über dem Kopf. Ja, ja, wir sind nur am anderen, nur auf der falschen Seite. Ja, aber irgendwie trotzdem. Trotzdem ist es doch unmöglich fast. Ich meine, okay, ich spiele mal. Wir stehen irgendwie immer ineinander, habe ich's Gefühl. Ja. Und so schön ist dein Innenkopf jetzt auch nicht. Scheiße. Okay, jetzt hab ich's verkackt. Na. Also ganz einfach ist das der Sprung dann auch nicht, gell? Nee, aber einfacher als der andere. Heilige Scheiße, ich stehe draußen jetzt. Leather. Hä, wie hast du denn geschafft? Äh, Doppelsprung und dann einfach rennen und dann, ja. Ah, ich steig raus! Scheiße, Mann, ey. Ganz abgesackt wieder. Mann, okay, aber es geht eigentlich, es geht echt. Äh, hättest du mal die Güte zu warten? Wegen dir hat der jetzt nicht gesprintet. Sorry. Ja, okay. Aber es ist voll oft so, dass ich denke, du springst jetzt und dann halt doch noch nicht. Ach, damit, Mann. Ich bin verwirrt. Kannst. Vor allem, ich gucke irgendwie eh dauerhaft eigentlich nur auf den Boden. Ah. Wow. Ach, komm, leck doch, ey. Alter. Es ist, okay, es geht, aber es ist richtig hart, ey. Ich weiß nicht, ich mag so Sprünge, wo es einfach nur so Platten sind, von denen man von Platte zu Platte springen muss. Das ist doch geil. So wie gerade eben. Hä, wie? Ja, gerade eben war toll. Ey, und jetzt? Was geht ab, Alter? Heilige Scheiße. Boah. Und jetzt? Alter, ich hab jetzt echt keinen Bock, hier runterzufallen. Nein! Ey, letzt... Ah! Da kriegt man auch die Krise, Mensch. Egal. Jetzt hab ich Ehrgeiz, das auch noch ganz zu packen. Na, warum? Was macht der denn? So ein Scheiß. Ey, jetzt wird's richtig Moody hier. Richtig schön Moody. Und du backst irgendwie mit deinem Helmkörper wieder im Block drin. Äh... Geil! Ah! Ah! Ah, komm schon, Alter! Leck doch jetzt, Mann! Langsam, ey! Das ist schon irgendwie so voll, so... Standard hier, so lang zu laufen. Jetzt, Alter! Kann ich vielleicht mal den Sprung schaffen? Willst du? Willst du? Nein, mach du! Ey, ich mach glaub mal Tage. Ja. Ist sonst... Mach du hart. Leck mich am... Leck mich am... Puh! Ah! Alter! Ey, ohne Scheiß. Wenn bei den Leiternsprüngen ein Checkpoint gewesen wäre, wäre das cool. Hi, in den Kopf von Max. Meinst du da bei diesem Absatz? Hm? Meinst du bei diesem Absatz da? Bei dem Vorsprung, nenn ich's jetzt mal. Oder wo hättest du gerne einen Checkpoint gehabt? Vor die Leitern anfangen. So, was geht mir am... Sneak. Was heißt Sneak nochmal? Da, das... Kriechen da, dieses Umschaltteil da. Leck mich, Alter! Der Sprung ist unmöglich! Wahrscheinlich nicht, aber der ist trotzdem richtig hart. Mann, Mann, Mann. Also echt, der letzte Sprung hat's richtig in sich. Den Rest krieg ich jetzt schon eigentlich einigermaßen hin. Na, na, geh doch doch hoch, Alter. Was machst du denn, du? Mensch. Okay, ich versuch's jetzt noch einmal. Einmal... Also einmal zählt ab den Leitern. Einmal ab jetzt noch. So. 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 Okay, jetzt bin ich da drauf. So, und jetzt kommt wieder der Sneak-Sprung. Nennen wir ihn jetzt einfach so. Alter, ich bin doch da immer dran, Mann. Was ist denn das? Okay. Äh, ich würd's sagen... Ach, wisst ihr was? Ich versuch's nochmal. Scheiße, ey. Alter. Da ist so ein Sneak-Sprung, ey. Der geht mal gar nicht. Der... Was soll's. Ihr seht grad, es backt echt wie die Hölle grad. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.